Ja, bei uns ist Dr. Oliver Blume, Vorstand Produktion und Logistik der Firma Porsche. Sie sind seit zehn Monaten jetzt dabei. Was ist für Sie das Besondere an der Marke? Ja, Porsche ist natürlich eine ganz besonders emotionale Marke. Ich war zuvor in drei Marken im Volkswagen Konzern bei Audi, bei Seat und Volkswagen und Porsche ist jetzt natürlich noch mal ganz was Besonderes. Es ist ein kleineres Unternehmen mit unheimlich motivierten Mitarbeitern, mit großem Pragmatismus und einer sehr großen Umsetzungsgeschwindigkeit. Das sind einfach die Sachen, die begeistern und die dann tagtäglich Spaß machen, bei Porsche zu arbeiten und Produkte für unsere Kunden zu fertigen. Sie sind verantwortlich unter anderem für den Bereich Logistik. Erklären Sie uns mal in wenigen Worten, was das Besondere an dem Porsche Logistik Konzept ist. Ja, Porsche hat Produkte mit einer sehr hohen Komplexität und Individualisierung für unsere Kunden und dazu bedarf es einem speziellen Logistik Konzept. Das basiert auf dem Perlenketten-Prinzip. Das heißt, wenn ein Kunde sein Fahrzeug bestellt, dann ist er bereits im Produktionsinterface und wir ordnen dann seinen spezifischen Kundenauftrag in Tagesscheiben zu und bilden dann circa sieben Tage vor Montagestart die spätere Reihenfolge, mit der wir dann das Auto fertigen. Der Kunde hat den Vorteil, dass er sehr spät das Fahrzeug noch ändern kann, bis eben diese sieben Tage vor Montageeinlauf. Dann gehen wir durch den Karosseriebau, durch die Lackiererei und bilden dann circa drei Stunden vor Montagelauf unsere spätere Kette, wie wir das Fahrzeug fertigen. Und das machen wir mit einer Reihenfolge Stabilität von 98 Prozent. Das hat natürlich erstmal eine sehr hohe Disziplin für den gesamten Prozess. Wir haben aber dadurch den Vorteil, dass wir Störungen im Prozess sehr schnell erkennen und sehr hocheffizient arbeiten mit geringen Lagerbeständen. Dadurch natürlich auch wirtschaftliche Aspekte damit gewinnen. Sagen Sie uns noch zum Schluss, welche Erwartungen hat Porsche an das Ergebnis 2013? Ja, wir haben viele neue Produkte in diesem Jahr wieder auf die Reise geschickt. Das sind Derivate vom 911er. Wir haben den Panamera deutlich erweitert mit einer langen Version, mit einer Hybridversion, neuen Fahrzeug und wir werden in etwa an das Geschäftsergebnis des letzten Jahres anknüpfen. Wunderbar. Ein beneidenswerter Job kann ich nicht beurteilen, aber zumindest bei einer sehr beneidenswerten Marke. Herzlichen Dank, Dr. Oliver Blume. Danke an Sie für das Interview.